Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online zusammen mit dem Oli N und dem Basti Gamer Neighbor. Und wir spielen mal wieder Zerstörung. Wo ich gehört habe, dass es Bombenzeug ist. Und wir kriegen wahrscheinlich gleich Besuch. Gehen alle auf A. Oh, hallo. Der Wödan spielt auch mit. Ist das nicht schön. Hallo Wödan. Der hat den WhatsApp-Shot gar nicht gecheckt. Beute. Und dann so zufällig so spielen wir alle drei auf dem Spiel. Hey Wödan, hast du Ghost in the Shell? Schade. Sonst könnten wir jetzt aufnehmen. Dann hättest du dein Let's Play Comeback feiern können. Ja, um das jetzt mal der Community zu erklären. Wir sitzen halt im TeamSpeak zusammen und haben da eigentlich so einen Aufnahme-Channel für drei Leute. Aber wir verpeilen es regelmäßig, den zu betreten und hängen einfach so in der Lobby rum. Ja, im Stammtisch. Nämlich in der Laberecke Stammtisch. Und, äh, ja. Dann kriegt man halt Besuch. Ist halt so. So, schaut das aus. Ja, hallo. Ja, Mist. Soll ich euch runterziehen? Na Wödan, wie ist das? Du musst, nein, du musst so sagen, hallo, ich bin Wödan. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie My Summer Car Folge 1 bis 93. Ey, ja, stimmt. Ich hätte das machen müssen jetzt zu spät. Äh, dann komm. Und ich hab grad zwischenzeitlich gedacht gehabt, dass wir Team Deathmatch spielen und bin einfach so in die Gegnermassen reingerannt. Ja, so ging's mir auch. Deswegen hab ich auch nicht gar so lange überlebt. Ich liebe sowieso diese Spruide-Modi, wo man nur ein Leben hat. Weil man das haben will. Nur ein Leben. Ich geh auf A. Wer geht mit? Ich geh auf A. Ausgerechnet jetzt hab ich natürlich mein Insta-Killer-Raketen-Ding nicht mehr, ey. Ja, das regeneriert hier halt auch sau langsam. Um, rechts. Oh nein. Nicht, nicht, nicht. Oh Gott. Weiß Granate. Okay, ich glaub... Ist überhaupt irgendjemand auf B? Ja. 4-4, glaub ich. Okay. Okay, ich glaub von den Schienen her kommen sie nicht. Ne, die kommen, die gehen auch alle auf B oder durch diesen Mittelgang auf A. Okay, ich geh... Ja, da kommt auch gleich wieder einer. Ich bin auf dem Weg. Ich seh B. Den hab ich. Das brauch ich noch. Ah, okay. Da... Kommt... Ja, gut. Den einen hab ich... Es ist... Jemand hat meinen angefragten geturtet. War wahrscheinlich... Achso, ja. Ich bin's. Hi, Oli. Okay, dann gehen sie wahrscheinlich doch auf A. Oder es sind da noch welche auf B. Ist gerade jemand gestorben? Ja. In diesem Gang ist einer gestorben. Nein. Da kennst du immer Astreiner einer im Spawn, ne? Und irgendwie glaub ich an dem vorbei. Auf A. Genau, auf A. So, Leute, ich verlasse euch den nicht, wenn du ihn nicht vererstören sonst komm weg. Okay, einen hab ich mitgenommen. Der hat ein Turret aufgestellt, fuck. Der hat ein Turret aufgestellt. Und hinter mir kommt einer, hinter mir, hinter mir. Fuck, das ist ja auch ne Assi-Taktik einfach, ey. Ja. Ne. Keine Chance, aber... Ist ja voll... Ist ja voll nicht broke. Das ist... Das ist ne... Das ist ne richtige Assi-Taktik, Alter. Das müssen wir uns merken und das nächste Mal selber machen, ey. Hat jemand von euch nen Turret? Nein. Ne. Ich hab nen Raketenwerfer. Das... Ey, das ist halt wie fies einfach, Alter. Das ist richtig fies. Wie fies, ey. Was für ein... Was für ein 38er, ey. Das muss ich mir merken für den Modus, Alter. Das werde ich mir merken und das werde ich benutzen. Bis ich jedem so richtig auf den Sack gehe damit. Geht ihr wieder A? Ja. Oh, Mann. Bin schon down, bin schon down. Oben rechts im Fangster hängt bestimmt wieder dein FG. Das war jetzt auch sehr sinnvoll, der Granatenwurf hier. Okay, über die Schienen... ...kommt anscheinend jemand oder... ...hat zumindest ne Granate und ne Rauchgranate reingeworfen. Ja, da kommen noch welche. Da müssen noch welche kommen. Hab dich, du Penner. Pass auf, Basti, wenn du da weiterläufst, da steht einer rechts von dir. In diesem Durchgang stehen zwei. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Fuck! Letztes war auch hier mal wischt, ey. Fick! Nein! Nein! Da stellen sich immer zwei in diesen Mittelgang. Okay. Einen in der Mitte habe ich erledigt. Ich schick mal zwei Drohnen los. Ich muss in diesem Fall ziemlich auf dem Weg sein. Ja. Ach, shit. Ich hab noch zwei mitgenommen. Ja. Sehr gut. Jetzt geht's am... GG! GG! Grenade, move! Ah, gegen drei, ey. Und die drei sind vor allem echt mal nicht schlecht, ne? Hey, aber ich hab noch einen getötet. Ich hab auch zwei, Alter. Der Baron hat sechs Kills. Hau mal rein. Yeah. Wir machen im Grunde gar nichts. Der Baron macht nichts. Naja, es geht ja nicht ums Killen eigentlich. Wenn du früh genug, dann ja. Ja. Wenn du sehr abhältst, durchkills die Probleme zu legen. Naja, schon, aber man sollte jetzt nicht unbedingt unvorsichtig sein und seinen Kill-Counter einfach Verweiße steigern wollen. Ja, Junge. In den letzten sieben Sekunden bringt dir das auch nicht mehr viel. Wat-wat-wat-wat-wat-wat-wat-wat-wat-wat. Off- contemporane wauch oh LOL LOLL LOL LOLL Ja, Basti! Ich bin der Basti, ich stimme nicht, ich stimme nicht ab für Sachen, die ich gar nicht spielen will. Den einen, der rechts bei den Schienen immer Unfug macht, den habe ich schon mal ausgeschaltet. Meine Fresse, habe ich mich erschrocken. Das hört man fast nicht. Ach, f*** deine Mutter! F*** deine Mutter! Blei die Deckung weg und dann sitzt da direkt einer und bummst nicht weg, ey, ist das unglaublich. Wie schnell kann der denn auch in diesem Lüftungsschacht sein? Ja, der Basti hat genauso viel gemacht die Runde wie ich, nämlich einmal gestorben, oder? Ja, der ist doch schon geworden im Lüftungsschacht, ey. Ja, Herr Baron, jetzt zeig mal was du kannst. Alter, hinter dir fallen mir schon die Kugel. Alter, da hätte ich jetzt aber auch nicht mit dem gerechnet, ganz ehrlich. Aber hier Statistik anfühlen und so, richtig nicht. Ich habe eine positive KD im Zerstörung. Das bringt dir überhaupt nichts, wenn wir das scheiß Spiel verlieren. Mit deiner KD kannst du dir dann dein Popo auswischen, meinetwegen. Oh, den holst du dir auch aus der Hüfte. Ja, genau. Mit was für einem KD muss ich das tun werden, mir den Popo auszuwischen, ey. Du druckst dir? Ja, ich glaube nach dem fünften, ne? Also beim fünften. Ne, nach dem fünften. Hä? Okay. Whatever, man. Jetzt usen die hier Hypersprint und sind schon hier bei A auf links. Links auf A. Links auf A. Ich wusste, dass der da drin hat, du illender Hund. Okay, den habe ich, den Sprinter, den Wichser. Ich habe einen Raketenwerfer, wenn ich sterbe, nehme ich jemanden mit. Nein! Von hinten! Ich hasse diesen Modi. Oh Herr Baron, hinter dir war einer. Okay, die haben auf B geplantet. Ich hasse diesen Modus. Ich hasse ihn. Rauch. Es ist total zum Kotzen. Ah, fuck! Wo sind die alle? Boah! Leck mich doch am Sack! Yay! Diesmal gehen wir auf B. Rush B ist super blierd. Blierd! Rush B! Define ich mich nicht! Ey, wir spielen nicht Counter-Strike. Wir spielen hier so ein Koreaner-Spieler. Da müssen wir schon korea- 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 koreanisch reden. Ist das nicht japanisch? Nexon ist, glaube ich, so eine Koreaner-Firma. Die was für Japaner macht jetzt. Oh, Vorsicht! Drohne kommt von vorne raus. Gleich. Jaaah! 17 HP ey! Ah! Ich bitte mich hier gleich mit meiner eigenen... Nein! Wie toll! Jetzt hat er überlebt, weil so ein scheiß Geländer im Weg war! Ach! Was, die helft dir? Nö! Nein! 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 So machen wir das nicht! Haben wir denn jetzt verloren, wenn wir die Runde verlieren? Ja! ich spiele ganz zur abwechslung ja spiele ich den schon mal ganz gern die erste mal auf dem gegner seine rauchgranate wirft so auch classic ja das ist aber in der darstellung oftmals wird es gar nicht so richtig dargestellt auch wenn er durch das visier zielt da sehe ich wenn wenn ich die killcam habe oder so dann sieht man auch so herr das schaut sehr komisch aus weil du nicht zielst halt also es wird wohl ja es wird wohl bei manchen einfach zu spät erkannt oder so na ja siehst du jetzt haben wir dir jeden modus mal gezeigt sebastian und das nächste mal wirst du dich hüten ja nicht für nicht für team deathmatch ist ja nicht sexy vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal vielen dank basti vielen dank herr baron und vielen dank liebe zuschauer macht's gut und Tom heute wir sehen wir sehen wir sehen wir sehen Untertitelung des ZDF, 2020